Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Die Passage ist hier, hinter dieser Wand. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gales finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Sirael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Ich hasse Mortale. Ich war das. Es war das. Es war das. Ich hatte mich nicht die Fähigkeiten. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ja? Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didyvet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Und früher? Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Hm, die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten. Ah, das Portal! Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Es werden immer mehr. Wir können sie nicht allzu. So weit sich das Klammer aufnimmt nicht. Wir müssen hier hinein. Ein, zwei, eins. Sehr gut, wir haben den Geist. Was ist los? Okay, spring rein. Avalar? Hier ist sie. Avalar! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch etwas länger und ich wäre erstickt Magie, ein Ort der Macht Ich sollte diese Schwaden meiden Oder ganz schnell hindurchlaufen Oh 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 Oh, kalt. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Oh, kalt. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Licht hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm, schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Oh, wer ist das? Und was wollen sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Krävern ist Barne-App kaum an Macher und der Hexe aus Riva, Catmint. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorn. Findest du nicht auch, Krävern? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Wir sind nicht zum Tee trinken hier. Hm, ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Nein, aber Ehrlichkeit ist keine Facette eurer Spezies. Also hör auf, gib zu spucken, das bringt dir nichts. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Hm, du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Unai-Romanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Ensaide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Abonne ich dir. Untertitelung. Unseren Gast muss sich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Sirael. Es ist also wahr, Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kermorhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Unai-Romantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Zu viel des Eigenlobs. Biete, Eredin, die Stirn. Das ist alles. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Das ist alles. Was ist das? Der König ist tot. Lang lebe der König. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein NL reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirna Lía öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mithilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach. Aber wir werden es schaffen. Sammelt alle und kommt zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Dann segeln wir nach Skellige. Was kostet die Nerven? Dann liegst du falsch. Was soll das? Das ist mein Liebchen. 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 Das ist mein Liebchen.